Moin, ihr Krawallbürsten und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Korn, da habe ich mich beinahe versprochen. Ja, ihr Lieben, in der letzten Folge waren wir ein bisschen auf Wanderschaft und haben den Sinn des Lebens irgendwie versucht zu finden, aber naja, daraus wurde nichts. Wir sind eigentlich immer noch dabei, eine Kellerameise zu finden und herauszufinden, wo wir eigentlich noch hin müssen. Ich würde sagen, wir werden erstmal unsere Hütte weiterbauen. Wir haben das jetzt in den letzten Folgen vollkommen ignoriert und Eiskeit eigentlich vernachlässigt, aber ich würde gerne wenigstens versuchen, ein bisschen mit euch zu bauen. Und ich habe mir überlegt, da ist es noch ein bisschen ruckelig, ob wir hier unten das alles zubauen, dass wir da hinten rüber kommen können. Kann ich dich mal eigentlich wegmachen, sag mal? Nein, können wir dementsprechend nicht. Schade. Dann hätten wir eigentlich hier uns ein kleines Plätzchen bauen können. Na, wir schauen mal. Vielleicht finden wir was Feines oder besser gesagt, wir bauen etwas Feines. Ja, ihr Lieben. Irgendwie bin ich gerade absolut nicht dabei aufzunehmen, kopfmäßig. Bin ich gerade irgendwo anders. Wir müssen auf jeden Fall noch später versuchen, zu den Biozinen zu kommen. Dazu brauchen wir aber diese Gasmaske, die wir bauen können, aber das Material noch nicht haben. Wo ist denn das nochmal? Ich suche sie jedes Mal. Wo ist denn die Kleidung? Hier, ne? Ja, hier. Die Gasmaske. Dafür brauchen wir die Teile und ein Stinkbad. Bevor wir den bekämpfen können, glaube ich, brauchen wir noch eine gewisse Rüstung. Und das ist leider, ich glaube, das ist kein großer Unterschied zu dem hier. Also, naja, ein bisschen. Also können wir uns eigentlich so eine Nuss, Haselnuss, ich habe gerade überlegt, wie das heißt, Haselnuss bauen. Das haben wir hier Gott sei Dank zu Genüge. Also bauen wir uns erstmal eine Rüstung und dann schauen wir mal, ob wir uns eine kleine Hütte hinzimmern. Und dann müssten wir mal zusehen, dass wir uns so einen Stinkbuck zu eigen machen. Das nehme ich mal kurz mit. Das werde ich auch definitiv brauchen. Das auch. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nö. Gut. Wir holen uns erstmal die ganzen Nüsse. Nimm ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich... Nö, 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 die Nüsse... Genau, runter, 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 runter. So, es wird gleich wieder dunkel, also können wir so langsam wieder nach Hause... ...erkraften uns da erstmal die erste Rüstung. Können wir uns eigentlich Nüsse... Oh, okay. Oh, okay. Ich mache mir mal zuerst ein paar Schüschen. Gut, ich brauche vier. Gut, ich kann es nicht mehr machen. Die fluffigen Teile haben wir hier unten. Das packe ich mal kurz mit rauf. Das können wir eigentlich wegschmeißen. Machen wir gleich. Die Teile brauche ich. Ab nach... Okay, damit können wir erstmal nichts anfangen. Na, noch eins, ja? So, wir brauchen... Danke, sehr freundlich. Erstmal eins davon. Kann das sein, dass ich hier ran muss? Ja. Ich habe keine Nussscheine mehr. Ist ja leicht bedenklich, ne? Gut, ich möchte... Ich möchte... Einmal wieder zurück... Und mir einmal die... Nein, das war falsch. Hier. Schuhe anziehen. Dann müssten wir eigentlich mal gegen eine Spinne kämpfen. Die Teile habe ich doch. Warte, was brauchen wir jetzt für die Gasmaske? Meine Verwirrung ist heute allgegenwärtig. Ach, den Stinkpack. Aha, ja. Okay, okay, ja. Den Stinky. Nimm mal bitte das. Danke, sehr freundlich. Den Stinky brauchen wir. Was zu trinken? Warte, 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 warte. Danke. Sehr freundlich. Nein, Nuss kommt zurück. Ach so, das kann ich einsammeln. Lag das jetzt nur so da oder habe ich das das letzte Mal irgendwie verpennt? Ich könnte es mir auch vorstellen, dass ich das verpennt habe. Und ich eingesammelt habe. Ups. Ähm, ja. So, Kumpelblase. Ich würde gerne... Drei Stück? War klar. Gut, drei Stück haben wir nicht. Nein. Nein, 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 nein. Ich würde doch schon eher... Können wir eh nicht mehr essen. Habe ich noch irgendwas zum Wegwerfen? Es sieht gerade nicht danach aus. Und es sieht gerade sehr dunkel aus, habe ich hier. Da ist meine Fackel. Du sagst es. Und wenn ich auch immer Stein eingesammelt habe. Die Teile brauchen wir. Da ist noch eins. Nacht. Vielleicht kommt ja irgendwann in der Vollversion, dass wir nachts auch noch angegriffen werden und uns irgendwas fressen möchte. Gut, das kann ich nicht mehr bauen. Ja. Nusschein und Dings brauchen wir. Hier. Entschuldigung. Sieht sehr... schön aus. Ähm... Die Steine packen wir erst einmal... hier hin. Eigentlich kann ich die Steine auch hier hin packen. Die aber hier drin sind. Egal. Und... Ich glaube, so weit haben wir alles hier. Nimm mal. Den Rest nehme ich mit. Ja, komm. Den Rest nehme ich erst einmal mit. Gut, wir müssen demnächst uns eine Axt machen. Aber wir gehen erst einmal eine Runde futtern. Hör auf zu weinen. Sehr glücklich, dass du überhaupt was zu essen hast. Ich hör Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Äh. Oh, ich dachte gerade. Na, die Nüsschen nehme ich. So, wir brauchen Nusschein. Wir brauchen die... Fiber. Und dann müssten wir eigentlich alles haben. Dann können wir mal schauen... ...ob wir gegen irgendwas Größeres gewinnen können. Na. So, lass mal gucken. Können wir denn... Ja. Nein. Wir brauchen noch zwei Stück. Ich glaube, pro Seil brauchen wir vier von den Teilen. Ja. Und Nummer vier. Nein, faltest drei. Sehr schön, haben wir. Warte mal, wo bin ich? Ach so. Ich wusste gar nicht, wo ich bin. Läuft auf jeden Fall. Ach, das da unten ist meine... Unten bei meiner Lebensanzeige. Das sind meine Kleidungsstücke. Zumindest das Leben meiner Kleidungsstücke. Ist das Ei gegenwärtig, das Teil? Nein. So packen wir das mal hin. Das sollten wir definitiv benutzen. Das sollten wir wirklich mal benutzen. Wartet mal, ich packe das mal nach unten hin. In der Hoffnung, dass wir dadurch irgendwas an Lehm retten können. Ja, die Axt können wir mal mitnehmen. So, Blütenblätter. Nimm mal bitte. Das nimmst du auch mal. Ich glaube, ich werde das irgendwann später offline eine Runde sortieren. Ihr wisst ganz genau, dass das nie passieren wird. Ist das Ei gegenwärtig, wartet mal. Ja, gut. Das haben wir... Das brauchen wir nicht ausrüsten. Lasst mal kurz gucken, was wir als Baumaterial haben. Eigentlich könnten wir uns doch schon eine kleine Hütte bauen. Einen sicheren Platz haben wir eigentlich auch schon. Hier kommt ja soweit nichts hoch. Außer, dass die Spinnen irgendwann vielleicht mal klettern könnten. Wäre ziemlich doof. Gut. Ich werde mal das ausrüsten. Eine Runde speichern gehen und zu den Stinkies gehen. Und dann gucken wir einfach mal, ob ich jetzt soweit irgendwas reißen kann. Oder ob ich jetzt demnächst sterben werde. Ich glaube eher das Weitere wird passieren. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier unten die Killer-Ameisen töten können. Ob die noch wieder gespawnt sind. Mal gucken, was da rauskommt. Ein kleiner Hosenscheißer. So, die Stinkies. Müssten demnächst irgendwo hier kommen. Da. Müssten wir nur aufpassen, dass nur ein Vieh uns sieht und nicht alle. Ich glaube, dann haben wir definitiv ein kleines Problem. Da. Oh, wirklich? Ja? Ich häng nur. Bitte fress mich hier oben nicht. Oh Gott, wir haben's. Alter. Falter. Ich sag dazu mal nichts. Ich glaub ich sollte... Ich sollte mir mal um einen Bogen kraften. Fällt mir auch gerade ein. Kann man vielleicht irgendwo sein Leben leveln vielleicht? Könnte ja möglich sein. Das nehm ich mal mit. Und die guten Teile. Daraus können wir uns bisschen erste Hilfe kraften. Ja, nicht mehr. Gut, dann werde ich mal das Teil analysieren lassen. Ich glaub wir werden heute nicht mehr zu unserer Hütte kommen. Ähm, ich hätte gerne noch meine erste Hilfe. Sehr schön. Jetzt wissen wir aber, dass die Ameisenklaue, ich nenne sie mal Ameisenklaue, ähm, sehr gute Dienste macht. Analysiere mal. Einen Insektenhammer, habe ich das gerade richtig gesehen? Gassmaske. Ja. Lernen wir einfach mal machen. Das heißt, wir können zu den Pestiziden eine runde Runde angehen. Ähm. Oh. Gut. Gut. Davon. Von den Fluffeteilen haben wir nur eins, glaub ich. Äh, hier nimm mal kurz. Von den Fluffeteilen haben wir nur eins. Vier! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mann, ich habe ja gut vorgesorgt. Na. Da hat der kleine Helian mal ein bisschen gut vorgesorgt. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich davon brauche. Ähm. Ja. War ja klar. Das war mir definitiv klar, dass uns das fehlt. Ich glaube, ich brauche noch eins, dann werden wir... Ja. Äh. Machen wir. Schön. Schön. Schön, 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 schön. Gut, den Rest... Was habe ich davon, so viel von diesen Stinkis? Hm. So, Gasmaske nehme ich mal mit. Wollen wir da mal hingehen? Ich meine, wir haben ja jetzt noch 10 Minuten. Da könnten wir eigentlich einen kleinen Abstecher machen. Und eine Runde schauen. Oder uns so ein bisschen auf den Weg machen dorthin, ne? Das müsste ja irgendwo... Dort hinten sein. Okay, das schaffe ich so nicht. So. Ja. Ein Wort mit X. Das war wirklich nichts. Hm. Oh, was ist das? Oh Gott, da kommt da gerade echt nisch. Ach, da kommt das nicht mehr. Hä? Wo ist sie denn hin? Ich glaube, sie schämt sich in den Bohnen hinein. Na, Mutschekiebchen, ich könnte dich eigentlich auch schon platt machen. Aber ich lass dich mal. Wir könnten Spin töten. Hä? Ah, jetzt registriere ich das so ein bisschen. Untens wird angezeigt, was wir finden können. Ah, das checke ich jetzt erst. Läuft bei mir. Soll ich ein Dach hochkommen? Oh, ich sollte speichern, bevor ich hier irgendwo so ne Scheiße baue. Ja. Und wir haben sie. Schön. Jetzt muss ich irgendwie an diesen Kakis vorbei. Ähm. Kann ich hier? Ja, genau. So, die Pestizide waren doch eher in die Richtung, ich trotte. Ja, ne, ich bin nicht dein Ernst, oder? Und tschüss. Ich glaube, bis wir da angekommen sind, ist die Folge dann schon vorbei. Hier ist noch irgendwo. So ein rotes, ja okay, da irgendwo hin. Aber wir wollen erst mal zu den Ameisen folgen. Das ist neu, ne? Also so ein Haufen. Oh, das habe ich jetzt total wieder vergessen. Tat auch leicht weh. Aber nur leicht. Ähm. Gut. Das können wir erst mal nicht machen. Ich weiß trotzdem gerade nicht. Ah. Ja, aus. Wo diese Pestizide sind, da auf jeden Fall, da ist die Hacke. Wir müssen in die Richtung. Oh, was bist du denn? Oh Gott. Oh Gott. Es war jetzt die ganze Zeit hier nicht so viele Ameisen unterwegs, ne? Was bist du denn? Habe ich genommen. Was ich habe, habe ich. ganz kurz. Und bevor wir da reingehen, werde ich erstmal eine Runde speichern. Na. Hier sind sicher solche Mutantenviecher wetten. Und wir dürfen garantiert hier auch nichts essen oder trinken. Ich glaube, das sollten wir vermeiden. So, wir werden erstmal da hinten hingehen. Ja, hier sind auch mutierte Dinger. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas gegen diese Pestizide machen können. Und was will mich anknabbern, kann das sein? Da hinten müssen wir hin. Wir müssen aufpassen, dass die Maske keinen Schaden nimmt. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Julian. Ähm. Ich hoffe, das bringt mich bisschen weiter, wenn ich hier nach drüben gehe. Ich komme ein bisschen bindnebelt vor, ne? Ähm, schaffe ich es da rüber? Nöp. So ziemlich gar nicht. Die Gasmaske hält soweit. Wir laufen mal eine Runde weiter nach vorne und versuchen das mal über die anderen Steine. Ach, geschafft! So, das müssten wir doch irgendwie schaffen abzustehen. Oh, Fisch. Okay. Ernsthaft? Ich bin tot. Läuft. Was zum... Wie kommt das Vieh hier hoch? Habe ich mich erschrocken? Du Kackspaten! Oh! Ähm... Äh... Scheiße, nein. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte... Nein. So ziemlich nicht. Nein. Nein. Da. Natürlich. Kann ich nicht erbauen. Das ist definitiv das hier unten. Hm. Da komme ich auch momentan nicht rein. Au! Ah! Wieso will mich hier alles töten? So ein unfreundliches Gebiet hier. Ähm... Komme ich... ...durch das Spinnennetz? Vielleicht... Nein. Da auf jeden Fall nicht nach oben. Was muss ich machen, damit ich... Ähm... zu den... ...zu den... ...hier... ...zu den Laboren reinkomme. Wartet mal. Ich habe hier irgendwo was eingesammelt? Honigmäßiges? Nee. Nee. Nein. Nee. Natürlich nicht. Hab ich natürlich nicht eingesammelt. Läuft momentan bei mir. Ja. Nimm erstmal. Gut. Das Labor ist in der Nähe von der... ...Laterne. Oh. Ich werde sterben, wenn ich so weitermache. Lasst mal kurz gucken. Okay. Das ist das Labor. Müsste hier nicht noch irgendwas anderes sein? Ich meine, könnte gut möglich sein, dass wir hier noch irgendwas finden. Kann das sein, dass er das ein Labor nicht... Hä? Wartet mal. Wartet, 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 wartet. Wartet, wartet, wartet. Ich will gerne noch was ausprobieren, bevor ich sterbe. Vielleicht sollte ich nochmal voll selber speichern. Ich speichere mal. Fuck... ... ich kann nichts machen ich drücke die ganze zeit er macht nichts mehr läuft sehr schön gut lieben aber ich würde sagen ich werde hier eine kleine aufnahme pause machen bedanke mich fürs zusehen und bis dann ciao